Das Auto brennt! Nein! Ja... Das Auto brennt! Anschneiden bitte! Ja! Das Auto brennt! Das Auto brennt! Oh, he is so kind, don't know. Noch ein Hecker Oh nein, das kann ich nicht Du bist noch der letzte Welt nicht mehr oh mein gott wie bitte was ist alex ne der eine hat gar nicht verstanden warum dieses fels ist der kotor ja tja ich kann es halt ne mein auto ist halt mal ein bisschen besser getunt ja aber auch da ist doch langweilig oder die ganze Zeit so ziviles und ich spiel auch wie normal spiel auch nun mal okay die 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 also haben wir mehr gemacht haben wir frei gespielt oder mit pecks alles selber gemacht Ich hab' ich selber gemacht, schick. Ganz hat das Spiel ja keinen Sinn mehr. Ja, so sieht's doch auch aus. Wenn du... Kitas natürlich die ganze Zeit, das macht doch keinen Spaß. Aber naja, wenn du so leicht bist, das macht jedes hier Hacker. Oh, ich mach das noch aus Langeweile. Ja doch, auf dem Dauerwitz, ohne Bosenzopf ist auch langweilig still. Richtig. Komm, wir machen mal was. Jo. Das war wohl nix. Ne, das war geplant. Das war geplant, das war geplant. Das war geplant, das war geplant. Das war geplant. Das war geplant. Na, wie ist das Stunt? Haha, wow, you guys. Was mit der Mini? Ah, schön, wie viel hier... Hey laude, das ist ja die Zusость. Help, brauch Start-Hilfe. Wow, wessen wir hier. inkykeeht hiheheh